Auch in diesem Jahr werden am sogenannten Black Friday wieder Millionen Deutsche auf Schnäppchenjagd gehen. Erstmals wird sich auch ein Kasseler Ein-Euro-Laden an der international veranstalteten Rabattschlacht beteiligen. Der Betreiber des kleinen Geschäfts in der Innenstadt kündigt Preise von nur 99 Cent pro Artikel an. Shopping-Experten zufolge können die Kunden sich schon beim Kauf von nur 10.000 Produkten auf eine satte Ersparnis von stolzen 100 Euro freuen. Die Aktion kann sich der Händler leisten, weil er am Black Friday seine Ware vom örtlichen 99 Cent Shop beziehen wird, der seine Preise dann auf 98 Cent senkt.